Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Immer mehr Männer rasieren sich nass. Es wird besonders sauber und ist erst noch sehr erfrischend. Wichtig beim Nassrasieren ist, dass man das Gesicht und die Halspartie mit warmem Wasser gut anfültet und den Rasierschrum oder die Creme ca. 60 Sekunden einwirken lässt. So ist der Bart optimal vorbereitet und die Klinge greift viel besser. Für die perfekte Rasur und für die tägliche Körperpflege offeriert Ihnen grob die bekanntesten Marken zu interessanten Preisen. Der cremige Gillette Rasierschrum eignet sich für jeden Bart. Und die Gillette Handy Blue 2 Doppelklinge rasiert schonend, aber gründlich. Nach dem Rasieren belebt das legendäre Aqua Velva Ice Blue aufregend frisch. Das elegante Gammon Mask Motion ist Aftershave und Cologne in einem. Und der Nivea Aftershave Balsam hält die Haut elastisch bis zur nächsten Rasur. Zu einer pflegten Erscheinung gehört auch pflegtes Haar. Das bewährte FS Haarwasser sorgt für gesunde Kopfhut und kräftiges Haar. Und Denim, die moderne und vielseitige Pflegelinie, gibt es als Aftershave, als Men's Cologne, als Dusch und Shampoo und als Deo. Jetzt habe ich noch schnell einen Einweis auf interessante Angebote aus Ihrem Coop-Warenhaus. Dort gibt es nämlich jetzt aktuelle Herbstmoden wie immer zu attraktiven Preisen. Und damit ist es Zeit für Coop-Aktionsangebote. Ich darf mich jetzt schon von Ihnen verabschieden. Zum Anfangen der aktuelle Preisschlager. In allen Coop-Do-it-yourself-Läden gibt es den Winkelschleifer Black & Decker DN5 inklusive Koffer und Zubehör für nur 79 Franken. Bis am nächsten Zistag gibt es bei Coop Coop-Kaffee Jubilor 250g statt 4,20g nur 3,70g. Und 500g statt 8,10g nur 7,10g. Ein Beutel Zweifelpompe-Chips, Natur oder mit Paprika statt 3,25g nur 2,45g. 16 Goldstar-Fisch-Sticks statt 4,60g nur 3,80g. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag ein Liter Coop-Pimbeer-Sirup statt 3,40g nur 2,80g. Uva Italia Traube per Kilo nur 1,80g. Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017